Das Jugendwort 2017 war I BIMS. I BIMS! Wie dämlich ist das, oder? Soll heißen, ich bin. Ist aus einem Tippfehler beim Nachrichtenschreiben entstanden. I BIMS! Wie dämlich! Oder alle finden das total lustig. Ich find's lächerlich. Ich fand die anderen Vorschläge viel knackiger. Die anderen Vorschläge fürs Jugendwort, einer meiner Lieblingsvorschläge war Selfie-Side. Wissen Sie, was ein Selfie-Side ist? Ein Selfie-Side ist der plötzliche Tod beim Versuch, ein Foto von sich zu machen. Könnt ihr im Internet nachgucken. Ihr glaubt gar nicht, wie viele Menschen jährlich sterben, weil sie ein Foto von sich machen. Vor diesem wunderschönen Sonnenuntergang. Am Rande dieser 200 Meter tiefen Schlucht. Als ich das gelesen hab, hab ich mir so gedacht, die Theorie von dem Darwin über die natürliche Auslese, die hat durchaus ihre Berechtigung gehabt. Vielen Dank. Applaus